So, wir sitzen im ersten Flieger, Paris, Paris, das ist jetzt der kleinste Flieger, den ich je gesessen habe, es sind drei Reihen, also nicht sehr groß. So, wir sind jetzt in Paris, oh yeah, im Charles de Gaulle, das ist wirklich riesig. Ja, ich bin ein Rhyme, ja, Baby. Okay, wir sitzen gerade in einem Jumbo Tag. Oh nein, wunderschön bei euch. Sorry. Okay, nochmal. Ja. Wir fliegen jetzt schon seit fünf Stunden. Mindestens. Ja, fünf Stunden. Ja, man merkt irgendwie... Das ist nicht gerade im Video, oder? Das ist ganz schön hart. Ja, das ist extrem hart. Wir sind am Einschlafen und werden wieder geweckt. Ja. Aber naja, wir schaffen das. Jetzt fliegen wir gleich nach Atlanta. Und dann geht jeder seinen Weg. Und dann, ja. Dann sehen wir uns erst im Schwerpunkt wieder. Okay. Ab wohin bis wohin fliegst du? Von Atlanta nach? Atlanta, Oklahoma. Warum fliegst du nicht nach Dallas? Weil ich nur eine halbe Stunde von Oklahoma City wegkomme. Okay, zurück zum Thema. Ja, ich mach dann nochmal wieder. Ich mach dann nochmal wieder. Du musst wieder Tschüss sagen. Tschüss. Ja. Wir sind hier gerade in Atlanta angekommen. Wir sind da. Amerika. Okay, okay, okay. Das ist ein großer Moment. Gleich ist es so weit. Ich bin da. Ich bin da. Oh mein Gott. Amerika. So Leute. Jetzt bin ich in Oklahoma. Ich bin da. Oh mein Gott. Das ist das? Ich bin nicht gut. Ich habe nicht sehr gut. Das war das. Ich hoffe es... Ich habe nicht sehr gut. Ich hoffe, es ... ... aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020